Willkommen zum nächsten Türchen, blabli blub, war's ein Türchen, ich guck mal kurz nach Ähm, 18 Fröhlichen 4. Advent, haha Ähm, ich hab mich ein bisschen müde, weil ich die Nacht durchgemacht hab und es kamen mir grad ein paar Fähigkeiten, äh, paar Schwierigkeiten dazwischen Wir werden diesmal wieder Pikachu nehmen Gegen Mario Donkey Dicone Arf Und Kirby Wir zacken diesmal Giant Mode Ist halt ein Special, der Boomstar Wir stellen diesmal nur 3 Leben ein und wir haben einfach mal Mute City, eben grad das Simulator abgeschmiert Ich hab schon erwähnt, keine Ahnung Auf jeden Fall sind wir hier alle groß, das ist voll lustig, irgendwie Ist auch mal was anderes Man hält mehr aus, man hat ja auch weniger Platz und ist größer und die machen auch alle andere Geräusche, ist ja klar, ne? Ah, ich mein, da habt ihr auch vorgemacht, wo ihr kleiner wart Hattet ihr natürlich Hellere Stimmen als wir jetzt, wenn ihr älter Geworden seid und Ich bin schon wohl weit weggeflogen Das geht doch nicht Und Ist er schon tot? Ich bin schon tot Ne Ne Ne, ich werde hier bestimmt nicht von Kirby Goand Kannste immer schön vergessen Kannste immer schön vergessen Komm her Mario, komm her Dö教 du Mann ich hatte ihn doch fast Nein, scheiße Man hält vielleicht nur ein bisschen mehr aus Ist nicht wirklich viel, aber Den hab ich gut gekillt Naja Natürlich wieder Level 9, das ist ja Standard schon Komm her, Kirby Na komm Mach's gut Okay, alle haben nur noch ein Leben Außer Mario und ich, wir sind natürlich die Besten Ist ja immer ganz klar Wow Okay, jetzt ist Mario ein Kacknoob und ist genauso schlecht wie die anderen Und jetzt ist er sogar schon tot Ich glaub, Kirby wird's auch nicht lange überleben Aua, Aua, geht nicht weiter auf mich Wie gemein Nein, da hab ich Kirby nicht getroffen Was für den Schlamm Was, komm her Da wird auch erst mal so eine Greiftechnik gesehen Die hab ich jetzt nicht so oft angewendet Mach ich eigentlich öfters, aber auf dem Controller ist das halt ein bisschen anders Und dann noch Xbox Controller Nicht getroffen Schlecht Diese luschigen Attacke hab ich besiegt Und den gleichen daher Geil Gut, das war's mal wieder Ich geh jetzt duschen, haut rein Schöne vierten Advent noch Bla, blie, blub Jo Bis dann und ciao